Hallo Leute, ich bin der Miro und wir beginnen die heutige Folge mit einem Clip, in dem ich zum Ende hin alleine im Objective sitze und trotzdem noch entscheide, mir die Drohne zur Hilfe zu holen. Und ob das eine gute Entscheidung war, seht ihr am besten selbst. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Los geht's! Nice. Witscheln noch Richtung Kitchen, könnte White Stairs hochkommen. Der hat sich gerade unsichtbar gemacht. Moment. Witschel kommt glaub ich zu mir. Der ist noch in Kitchen, schau, schau. Ja, ja, der ist Kitchen noch. Das war er. Hostile Aktivität neutralisiert die Gefahr. 10 Sekunden left. Eines verletzt. 5 Sekunden left. Seht ihr? Number 1 friendly. Handtücher verletzt, Handtücher verletzt. Hm, was mache ich da jetzt? Einer ist hinter mirer Window und einer ist Handtücher verletzt. Dann versuch, so lange zu warten, bis er ausblutet. Ja, auf jeden. Aber der kann ja wiederholen. Ja, ja, ja. Sexy. Soll ich den ausbluten lassen? Ist da einer. Ja, komm, okay. Ah, Cavera ist gerade da, wo ich rein will. Aber die ist gar nicht mehr hier, oder? Die machen Tellers, glaube ich, auf. Ja, Thatcher ist jetzt Skylight. Also auch noch eine zweite Clamer oben. Also Skylight hochlaufen lohnt sich nicht mehr. Oh, die hauen da ab. Rechte Door Office, also unten schon. Hä, die spielen Skylight gar nicht. Das war Thatcher. Und hier noch jemand auf dem Dach näher. Äh, woher weiß der das immer, Alter? Bei mir ist Tellers einer drin. Das scheiß Twitch. Link die Seite von Tellers. Ist da drin, ja. Haltet ihr das da unten, dann bleib ich noch oben. Oh, fuck. Das war wie bei einem Kekos oder so. Alter, der hat so viel Power, den konnte er einfach nicht stoppen. Die wirft Flash. Ne, die wirft Granate. Il ist still da oben. Lecker ist still da oben. Wohli ist jetzt. Denken wir uns besser ab. Ich muss noch nach vorne rein. Ich muss noch nach vorne abattre. Wir sind jetzt bis dahin. Der, wir sind also da oben. Ich muss noch mal aufpassen. Der, wir sind jetzt da oben. Ich muss noch aufpassen. Was? Fahrradsraum, ne? Ja Einer ist gerade Church gedroppt bei mir Das war Alibi Taxi Der ist wo? Alter kommt von Blue Von Blue kommt die Ich hab die getroffen alter Von Blue? Oh lol Ja moin Ja wahrscheinlich stirbt sie nicht Ach komm schon Das ist der Bug, oder? Hm Kommt die mir um Was sagst du mal Tanja? Ist der Saber oder was? Wieso ist der Saber hochgeburscht? Scheiß Hacking alter Was kann mich denn hier so übelst krass dauerhaft ping? Ich hab den doch schon hier gehört, oder? Hallo? So Die haben Mute, ne? Ich werde da nicht reinkommen, oder? Ja Siehst du bei Blackbeard was? Ob der links oder rechts orientiert ist? Der macht doch gar nichts Op4 eliminated Check Op4 has spotted the biohazard container Das war auf dem Dach Der ist unter dir oder was? Ja Ja da kommt sie mir Ich hör den Jekyll hängt sich das was geschlossen ist Oh der will rein breachen Boah Alter, what the fuck Das hat ja schon ewig keiner mehr gemacht Der Fuse kommt jetzt wahrscheinlich über uns Ja Das Schild ist gerade oben angekommen Fuck, gerade wo ich in die Kamera ging Uh Echt? Und er kommt hier zum Floorfenster Das war's dann auch schon wieder für heute Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder Bis dahin, bye bye Leute Und ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal